Moin moin, hallo, ciao, wie geht's? Wie steht's? Mein Name ist Tiffek, schön, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. Heute spielen wir, oder fangen wir zumindest an, Amnesia the Dark Descent, wer schockt drüber ist, und wie gut in Limbo reingehauen haben. Werden wir jetzt hier mit Amnesia den Monat beenden. Und im ersten Teil nochmal euer Spiel beginnend. Yes. Das wird spannend, Leute. Spannend. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Mal sehen, wie es wird, Leute. Mal sehen, wie es wird. Oh, okay. 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 Aha, Amnesia. Warum ich jetzt so verwirre? Amnesia. Ich habe Gedächtnislücken. Okay. Okay. Hm, 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 hm. Okay. Heisi. Das ist ja nicht so ein bisschen. Okay. 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 Okay, und ich hab's mal. Okay. 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 Tagebücher haben wir auch noch nicht. Die können ein bisschen schnell laufen. Ah, okay. Druckberichtung aus Taste um. Zunderbüchse, okay. Folgen wir mal der Flüssigkeit. Woher kommen eigentlich die Rosen? Ah, beim Greifen aus Objekts drücke rechte Maustasse um es zu werfen. Oh, cool. Okay, Wind. Cool. Das ist ja langsames Spiel. Zunderbücher. Mit Zunderbüchsen kannst du Kerzen oder andere Lichtquellen in deiner Umgebung entzünden. Die aktuelle Art der Zunderbüchse bestellen. Wird im Bestand angezeigt. Tabulator. Oh. Herz. Brain. Geistige Zustand, Glas, klar. Das weiß ich jetzt nicht. Öl. Für die Laternenflamme. Erlischt die Flamme, kann die Laterne nicht mehr genutzt werden. Schön. Zunderbüchse. Zunderbüchse. Körperliche Zustand, alles ist gut. Geistige Zustand, alles klar. Na ja. Ah, das ist nur ein Hook. Wir können uns theoretisch verstecken. Wir können uns theoretisch verstecken. Das ist ja witzig. Okay. We können in der Maulung ein können. Wir können in der Maulung ganz schön machen. Bist du schon. Ja. Boatsch. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir schon sehr gut. Die sind ein bisschen shaky unterwegs. Wir hören irgendwas. Wir hören Schritte. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was ist das? Was ist los mit uns? Wirklich, was ist los mit uns? Uncool. Okay. Okay. Oh, das ist gut gemacht mit diesem Visual Effects. Das ist gar nicht so schlecht gemacht. Nicht. Okay. Achtung. Okay. Journal. Leichte Kopfschmerzen. Oh. Mit Q und E. Fett. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz was probieren. Ob das jetzt auch mit dem Joystick geht. Mit dem Joystick, mit dem. Na? Mit dem Controller. Uno. Momento. Hm. Ne, es hat nicht funktioniert. Gut. Aber gut. Wir werden verrückt, wenn es dunkel wird. Okay. Okay. Hm. Alte Archive. Die anderen Kinder treiben ihn an. Er hört, wie sein Name gerufen und er aufgefordert wurde, es zu tun. Tue ich das hier wirklich? Dachte er der kleine Hingo bei sich und schlug seine Opfer mit einem Stein. Oh. Okay. Regenhalle. Okay. Jetzt verschlechter mein Zustand. So. Ich muss mal kurz im Licht bleiben. So. Leichte Kopfschmerzen. Alles ist gut. Ist wirklich alles gut? Ich weiß es nicht. Ich... Das Spiel ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das kriegt die Atmosphäre schon richtig gut hin. Ich weiß es gut. Ich weiß es gut. Eww. 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 Wird ich verrückt? Ich glaub schon. Aber bin ich verrückt. Eww. 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 Echt nicht schlecht. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Ich mache mal Lichter an, denn scheinbar sind die Zunderbüchsen gar nicht so schlecht. Das geht mir schon mal besser. Es ist echt dunkel. Bleib noch kurz ein bisschen im Licht. Leichte Kopfschmeißen. Sind die Laternenflammerisch? Ah, ich kann hier nicht wirklich. Okay. Ich höre immer so Bewegungsbereiche. Ob sich da irgendwo im Hintergrund noch irgendwas bewegt. War ich hinter was? Nee. Ich bin mal auf der Suche nach Zunderbüchsen. Okay. Weg mit euch. Weg mit euch, habe ich gesagt. Peasants. ... Hier ist dann der Ursprung. Oh, okay. So, super gut. 19. August 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum. Find Alexander and kill him. His body is old and weak. And yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Okay. Anti-serve. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Daniel. Okay. 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 Well, this Krabbel-Geräusch is really not bad. Well, this Krabbel-Geräusch is really not bad. Okay. Well, this Krabbel-Geräusch is really not bad. Um die Familie zu beruhigen. Okay. Oh. Um zu laufen halt Shift links beim Bewegen gedrückt. Okay. Okay. Dann kann das jetzt wichtig sein. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sector. My most precious chamber, Daniel. 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 In fact, it lies beneath the very stone of Brennenberg. Okay. Ich glaube, wir wollen es uns erst mal umgucken, oder? Wollen wir noch irgendwas machen? Oh. Öl. Klingkram. Ach, die Kakellagen sind schon eklig, ey. Hiss, hiss, hiss. Da, Öl. Das Bild haben wir schon anleitungsweise hinter den Vorhängen gesehen. Ah, shit. Hier kann man schon mal nicht raus... Oh, jetzt hängt es schief. Oh, da hängt es schon vorher schief. Hm. Hm. So. Ach, Mist. 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 Bis zum nächsten Mal.